Vorwand, hab ich's dir gesagt oder nicht? Ja, ich hab's das gesagt. Was hast du schon gesagt? Nichts, ich geh duschen. Aber wir unterhalten uns gerade, bleib hier, hey. Du bist drauf, ich war doch nicht dein, wenn ich hier ist, oder? Du kannst nicht mehr. Ich frag dich das nur ein einziges Mal und schwöre, ich werd dich damit nie wieder belästigen. Ich frag dich das nicht. Empfindest du noch etwas für ihn? Sag ich mir bitte. Ja, ich empfinde Mitleid. Für ihn und für dich. Und für mich auch, weil ich in diesem ganzen Mist mittendrin stecke. Du stehst also zwischen uns und weißt nicht, wenn du dich ansetzen sollst. Oh, wow. Du hast doch deine, hier. Na, das ist dein. Dann gehe ich mit Almi. Wo gehst du hin? Ja, sieh. Ich geh. Ich geh. Kann dir doch völlig egal sein, wo ich hingehe. Komm klar, du bist zu ihm. Einfach so. Oh doch, und wie ist das? Du bist immer klar, Frau Liebling. Ich bitte dich. Du hast so schöne Augen. Wobei? Wobei. Ich bitte dich. Ioi Doamne. Ca un căluț cu stea în frunte ești tu. Da. Termin. Da. 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 Da.